So, willkommen bei The Forest, bei der Erkundungstour in dieser Folge. Hallo, das sind Hase, 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 Hase. Ja, die sind viel zu schnell, die kriegt man einfach nicht. Kommst du ja? Verdammte Kacke. Was? Ja, mit dem Axt, das ist echt scheiße jetzt. Ich habe irgendwie verloren. Na, ich nehme ja mal die ganzen Pflanzen hier mit. Ja, ich auch Gott. Ähm, ja. Warte, wir wollten doch eigentlich in die Höhle gehen, ne? Jetzt habe ich irgendwie... Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt in die Höhle gehen und eher so ein bisschen rumlaufen? Ja, gut, vielleicht erst mal so ein bisschen rumlaufen, lass mal... Kannst du überall diese giftigen Beeren, ey? Nein, hier kann ich es, glaube ich, essen. Nein, aber das ist giftig. Sicher? Ja. Ich habe es gerade gegessen, wenn es passiert. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es giftig war. Vielleicht gibt es auch... Ich esse auch mal, Achtung. Oh, zock. Hm. Ich habe Probleme. Komisch. Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass... Alle... Ah, cool. Hier sind Snacks. Was ist das? Can't carry any boots. Snacks. Komm mal hierher. Hier ist... Ah, hier wäre nochmal ein Ding. Ach, hier ist das Lager. Neck. Interessant. Hier ist nochmal ein Kochtopf. Ja, Kochtopf kann man leider nur einen mitnehmen. Leider. Hier ist nochmal ein Snacks. Da ist noch ein Kopf. Aber den kannst du... Leider. Kann ich hier das hier essen? Ja. Ich esse einfach mal alle Beeren, die ich mitkriege. Die... Ah, die sind schwarz. Sie sind wirklich schwarz. Ich glaube, die sind giftig. Ich probiere es einfach mal. Da ist ein Tuch. Lach, lach, lach. Ich kriege ihn nicht. Geh runter von dem Baum. Ach Gott, zack. Das kann es ja jetzt nicht sein. Ey, was ist denn das jetzt für ein Witz? Siehst du das auch gerade, was ich sehe? Komm mal her. Moment. Hier ist hier gerade ganz fleißig, Bären. Komm mal bitte schnell her. Bevor er weg ist. Okay, warte. Steckt mein Speer auch durch den Wurter bei dir? Ja. Liegt er noch? Nein. Äh, doch schon. Eben das... Häh? Du kriegst ihn natürlich wieder. Was ist das? Der Wurst, ich krieg das. Oh, ich hab die Haut. Ich hab die auch. Und Fleisch. Ah, nee. Das Fleisch hast du jetzt genommen. Okay. Ich hab den Kopf. Oh, ich bin blutig. Naja. Ich esse einfach mal... Warte, ich nehme mal die ganzen Pflanzen hier mit. So. Die Orangenen kann man mal schön mitnehmen, ne? Ja, davon gibt es irgendwie... In über... Wie viel, aber die ist nicht schlecht, glaub ich. Alter, wie viele Bären hier gibt. Ja, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Wir müssen aufpassen, nicht dass die irgendwie giftig sind und man merkt das nicht mehr. So, dass man irgendwie in späteren Zeit rum plötzlich... Bleh. Stirbt. Hey, da ist noch ein Teich. Ja, der kommt irgendwie ganz schön bekannt vor. Da unten ist ein Koffer drin. Aber der ist unter Wasser. Den kriegt man nicht. Ich will es so, hier rauszuschubsen. Da sind auch ganz viele Koffer hier. Ja, Medizin und Klamotten. Jawohl, das brauchen wir jetzt. Ja, Gott sei Dank, die scheiß Koffer, Alter. Bei mir sind hier ganz viele Koffer. Ja, bei mir sind auch zwei, aber die sind beide im Wasser. Ich versuche sie gerade rauszuholen. Weil wenn du dagegen läufst, du kannst sie ja wegkicken, weißt du, so. Oh mein Gott, das ist so behindert gerade. Also einen habe ich hier aufgemacht. Der hier ist. Ich glaube, der da, der will nicht raus. Warte, ich helfe dir mal. Der war schon bald fast oben, aber der ist wieder runtergerutscht. Seitdem gehe ich nicht mehr hoch. Ja, nein. Ich habe eine falsche Richtung. Was tust du dann? Lass mich mal, lass mich mal hier. So, was ist das ungefähr? Und dann hier hoch? Ich schwimme aber selber nicht mehr hoch, das ist das Problem. Warte, ich kann da mal ein Speer reinwerfen, sonst gehe ich da dann auf. Also ich kann ja gerade nicht werfen. Ja, jetzt oder? Ach, scheiße. Ach, scheiße, auf den fucking Koffer, ganz ehrlich. Ja. Hast du nicht aufgehauen? Was war da drin? Ah. Da guck, da sind noch ganz viele Koffer hier hinten. Das sind ganz viele Kleidung. Oh, der Hase. Ah, der Hase bleibt. Scheiße. Ich habe hier ein Ding. Jetzt, aha. Okay, bummi, scheiß Koffer, alter. Hä? Oh, das bist du, alter hab ich mir. Oh, ein Luch. Ah. Ich habe auch gerade ein Luch. Komm schon. Hase. Das sind zwei Hasen. Ah, nein, du hast den Luch verscheucht. Einbogen, geborene, eingeborene, zwei Stück. Oh, ja. Alter, wirst du nicht, ich hab's wieder. Ja, ich hab mir gerade eine andere Waffe aus. Auffassend, ich glaube nicht. Ah, Mann, ja, weil er will wahrscheinlich seinen Kammeraden schützen. Gott sagt, er lebt immer wieder. Jetzt ist er fertig. Der andere, wo ist denn? Der holt vielleicht Verstärkung, wenn wir nicht sehen. Schauen wir mal, ob ich hier noch was an den Koffern holen kann. Stoff, ja, das ist saugut. Oh ja, Stoff. Sehr schön. Stoff, ah, noch mehr Stoff. Sehr schön, genau so. Ich muss mir noch einen Speer bauen, weil ich hab meinen geworfen. Dorf, quedern. Ich wär eigentlich ganz geil, wenn wir schnell ein Lager, äh, Feuer errichten und die Leichen verbrennen würden, weil ich bräuchte mal... Ach, verdammt. Weil ich bräuchte mal schnell ein paar Knochen. Uch! Ja, ich hab einen. Da ist noch einer. Oh, da ist er, da ist er. Ja, ich bin gerade in der Animation. Der ist weggelaufen. Er kommt, er kommt, er kommt. Ach, da sind hinten noch welche. Hinten, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir ist die Frau. Ja, hier hin. Jetzt müssen wir erstmal den Starken da verhängen. Ja, der ist schon down. Er dachte, du wärst stark. Wo ist die Frau hin? Ach, da. Da, wo ist die Frau. Ja, dann ist noch einer. Ah, ja, ich muss mich mal kurz auslasten. Ah, ja, ich muss mich mal kurz auslasten. Ah. So, hab wieder einen Luch. Haut abziehen. Und Fleisch mitnehmen. Sehr gut. Hast du die ganzen Koffer da schon was, alles mitgenommen? Ich glaube schon, ja. Gut, wollen wir jetzt... Nein, wir müssen nur kurz warten. Ah, da ist Schleim. Guck, das habe ich letztens gemeint. Da ist so komische Schleim. Wenn du das benutzt, dann ist es weg. Und du bist dann ein... Wo, welche Schleim? Ja, ich habe es gerade gemacht. Ich dachte, du stehst schon neben mir. Na gut. Wuscht. Hey, noch einen coolen Zorn. Nehme ich mal alle. Du blöder. Das war ein Spaß. Warte, ich packe den auch hier noch drauf. Bringt das, wenn ich die Arme da reindrucke? Ja. Hey, da ist ein Luch. Klappst du da? Klappst du da? Bist du denn hin? Ich will ich doch natürlich... Sollen wir uns dann eigentlich in der Nacht irgendwo ganz kurz so ein Zwischenlager bauen und dann... Wir schlafen? Und am nächsten Tag weitergehen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Schon, ja. Ähm... Dieser Temporary Shelter wieder, ne? Wahrscheinlich. Ja, der... 14 Sticks. Ja, ne, der kleine halt, ne? Den wir früher mal hatten. So ein Zwischenlager. Ja, genau. 14 Sticks, 26 Blätter. Gut. Warte, wie viele Sticks habe ich denn insgesamt? Ich habe 10. Ja, gut. Du hast wahrscheinlich auch 10 oder so, ne? Luch, luch, luch. Ich musste mal meinen Speer verbessern. Schau her, jetzt habe ich wieder den Supersper. Alter, lügt ein Speer. Ach, das ist meiner. Danke. Hä? Hä? Na egal. So, ähm... Wie hast du den Speer denn eigentlich verbessert? Wie ging das denn? Ähm, dann musst du... I, dann ein Speer reinhauen, dann zwei Knochen und ein Stoff, glaube ich, war das. Hast du Knochen? Drei... Drei... Drei Stoff war das. Ja, ich... Ich glaube schon. Upgrade ist... 4. Ne, warte, nochmal ein Knochen? Ah, ne, es waren mehr Knochen. Hä, ne, warte. Äh... Aber ich muss auch mal was essen. Ist das Feuer noch? Ah, jetzt hat er. Ist das Feuer noch? Ah, cool, jetzt habe ich auch den besseren. Da können wir schnell was... Oh, da sind noch Knochen. Yeah, nice. Warte mal, ich muss mal ganz kurz wieder sauber machen. So. Eat? Hast du dann Hasen reingehauen? Äh, nee. Dann ist ein Hasenfeuer gelaufen, wenn ich dann gerade eat und es waren Hase. Ach, mein Gott. Genial ist es. Ich bin wieder voll, ne, mit allem Energie, Hunger, alles. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt mal ganz kurz irgendwo ins Lager richten, weil es wird schon wieder dunkel. Oh Gott, das ist ja schon einer. Äh, ich glaube, wir müssen echt pennen. Machen wir die noch schnell fertig und dann bauen wir einen Lager und pennen. Weil... Sonst überleben wir die Scheiße nicht. Oh, fuck, Alter. Sollten wir vielleicht echt noch wieder eine Rüstung anlegen. Ja, da, ich töte gerade deine Rüstung. Okay, er ist tot. Okay, warte, ich muss mal schon eine Medizin nehmen. So. Warte, wir können ja gleich beim Lagerfeuer dann das Ding bauen. Oder ein bisschen mit sicherem Abstand fahren. Ja, vielleicht hinten beim Fluss habe ich gelacht. Weil wenn wir ins Fluss gehen, vielleicht... Ah. Warte, ich baue es schnell, okay? Ja. Paar Sticks brauchen wir noch. Wappt, ich komme. Ich habe noch genug. Vier Sticks. Also sollten wir uns doch schlafen gehen. Hoffentlich funktioniert das jetzt nicht. Oh Gott sei Dank. Sollen wir speichern oder nicht? Oder erst schlafen und dann speichern. Komm, Alter ist es echt stockfinseln, bevor die alle kommen. Das kannst du auch morgen machen. Okay, es ist gar nicht. Also nicht speichern, okay. Nee, schlafen wir danach. Hoffentlich greifen wir uns jetzt sicher. Sehr schön. Richtig schön. Da ist gleich ein Gluch. Scheiße daneben. Ja, ich habe jetzt ziemlich viel Essen dabei. Ich habe jetzt, äh... Ich glaube vier Fische, das so. Zwei Lissards, also zwei Lurchen. Ja, ich habe auch ziemlich viel. Das Lagerfeuer ist weg, oder? Ausgebrannt. Was denn ist? Nee, es brennt sogar noch. Lol, es brennt sogar noch. Ah, ich habe nur vier Knochen, na gut. Ich glaube, ich hau noch gleich was zum Futtern rein für heute, oder? Achso, ja. Für dich auch? Für dich auch? Ja. Okay, liegen zwei Sachen drin. Trinken. Habe ich noch meine Wasserflasche? Sehr schön. Ah, da warte ich noch ein bisschen. Ich habe auch noch meinen Topf. Ah, warte, den tue ich gleich mal einkrochen dann. Ja, genau. Ich habe noch eine Sodaflasche dabei. Ja, die habe ich auch. Aber komm, wenn du den Topf... Ich habe auch meinen Topf dabei. Wunderbar. Aber erst mal Essen fertig machen, ja? Jetzt dann schon mal, ne? Ja, esst du schon mal. Aber nur eins. Ja, das andere wäre schon fertig. Stimmt, wir können es ja nochmal trinken und dann nochmal gleich was zu holen. Das muss er auf C. Achso. Kann ich mir jetzt auch... Cool, ich kann mir jetzt auch draufstellen. Cool. Heizen wir gleich mal bis leiden hier. So, da ist ein Vogel. Scheiße. Ich nehme mal wieder Plastikis mit. Ach, verdammt. Ja, es funktioniert auch so gut, wenn wir dann immer nachts gleich schlafen gehen. Ja. Wenn es jetzt nochmal funktioniert mit dem Schlafen gehen, dann ja. Das haben wir jetzt können wir speichern eigentlich, oder? Also jetzt geht es gerade nicht, ja natürlich. Ja, jetzt geht es nicht mehr. Ja gut, ja ich war halt nur nicht, ich wollte es erst mal... Wow. Alter. Schock mich halt nicht so scheiße. Alter, das hat sich angehört, als wäre das schon voll fett. Oh, der ist auch ziemlich groß. Ist da noch eins? Das ist ja so einfach, dass wäre da noch eins. Okay, der ist tot. Alter, du kannst ja danach nochmal ins Feuer legen dann. Trink mal schnell was. So, ne, mein Topf wieder mit. Ja. Ja, da. Trink mal schnell. Ja, mein Topf ist wieder da. Dann fülle ich dir mal schnell wieder mit Wasser. Ja genau, das ist eine gute Idee. Kein Durst, kein Ruhmer. Ja, das funktioniert voll gut, das Survival hier draußen. Ist auch saugeil. Ja, ich fülle mir jetzt auch noch mit Wasser. Ich tue es auch gleich wieder einkochen. Geht auch gleichzeitig mit Leitungen. Kommen ganz nur Roststoffe schon rein. Ja, aber dann kannst du es nicht mitnehmen, dann trinkst du es gleich, ne? Ah ja, stimmt. Vergessen. Ich bin dumm, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Bring mal den ganzen Tag vorm Lagerfeuer. Ja, wo wollen wir echt hin? Wollen wir dann da hintergehen? Ja, ich würde mal in Richtung auf den Berg gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, hallo, lass mir auch mal ein paar Knochen. Was soll denn das? Also du brauchst auch noch Knochen. Natürlich. Achso, ich weiß nicht, wie viel Rüstung hast du jetzt? Nichts darum, weil ich Knochen habe. Achso, ja, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, du hast auch schon ein bisschen was. Ja, so ein bisschen was habe ich, aber es ist nicht sehr viel. Ein Arm halt voll. Warte, so. Wie viel Knochen habe ich denn jetzt? Ah, jetzt kann ich wieder nur was machen. Brauchst du jetzt noch Knochen? Ich habe noch zwei. Für den Speer oder so? Keine Ahnung. Ne, es passt. Alles gut? Alles gut. Ich habe jetzt nur noch zwei Knochen und so. Das würde ich jetzt nichts bringen. Ist da jetzt Wasser drin? Ja, ist okay. Gut, dann können wir jetzt auch weitergehen. Ja, gut. Oh man, ich drücke immer Tab. Ich weiß nicht, warum. Gut, dann. Es war ja nur ein kleines Lagerfeuer, was du da gemacht hast. Ja, ja, es war ein ganz kleines. Es hat vier Sticks oder so. Weniger vielleicht. Zwei Hasen, komm schon. Da hole ich mir jetzt ein. Warte, ich tue nochmal schnell Sticks sammeln für heute Abend nochmal. Für heute Abend. Komm, die kann man da noch später machen, unterwegs oder so. Ich habe auch noch ein paar Sticks. Warte, dann nehme ich mal den Speer. Der ist besser zum Jagd geeignet. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Ja, irgendwie die Hasen, dann wischst du nicht, wenn die da so rumlaufen. Das ist so. Ah, okay. Ich sehe dich jetzt immer zu spät und dann laufen sie schon weg. Ich finde eine Aussicht hier. Oh ja. Viel schön. Manchmal zu schnell und dann laufe ich bei allem vorbei. Ich habe das Gefühl. Ich nehme unterwegs mal die ganzen. Das ist ein bisschen übernommen, aber ich sehe dich gerade schon gar nicht mehr. Da bist du. So. Ich habe keine Sticks mehr mitnehmen. Ich bin full. Was kannst du nicht mitnehmen? Keine Sticks mehr. Wo ist der Lizard hin? Wo bin ich jetzt? Ich laufe immer bei meinen Füßen vorbei und dann sehe ich sie nicht mehr. Hier ist wieder ein... Nee, doch nicht. Ich dachte schon, hier ist voll die freie Fläche ohne Bäume. Ist ja voll krass, Mann. Dass es sowas auch gibt. Ja. Da ist ein Reh. Warte. Oh, ist dir. Daneben. Verdammt. Du bist dran. Ich habe noch einen Speer. Verdammt. Warte, ich habe noch einen Speer. Warte. Ich brauche aber meinen Speer wieder, weil das war der kostbare Speer. Den darf ich, glaube ich, nicht werfen. Das ist echt scheiße. So was ist das meine? Ja, das ist ziemlich... Hier sind Pilze zum Essen. Was ist denn was? Scheiße, das kann doch nicht sein. Hier ist nochmal ein Frey. Ah, da sind ganz viele Fische drin. Ja, ich finde meinen Speer wieder nicht. Der soll auch noch... Ich finde, der Speer sollte auch noch so aufblinken oder so, wenn du den wirfst. Ja. Oder? Apropos Folge. Ähm, wie lange haben wir schon? Wie lange... Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, letztens. Äh, ich glaube... Ich habe... Ah, verdammte Kacke. Scheiße, ich muss wieder so einen Scheiß Speer bauen. So, ich habe jetzt die ganzen Fische rausgenommen. Dreißen noch so. Lieber mal wieder ein bisschen Vorsicht. Hä, was ist eigentlich da? Ach, Mist, ich bräuchte noch einen. Hast du einen Knochen zufällig? Ach, ich kann keine Fische mehr mitnehmen. Hast du einen Knochen zufällig? Einen noch? Hab ich, ja. Ja, dann schmeißt du mal auf den Boden. Ich brauche noch einen Knochen. Der liegt da. Ja, ist der dir. Kannst du noch Fische mitnehmen? Weil ich kann leider keine Fische mehr mitnehmen. Ich glaube das nicht. Ich kann es mal probieren. Ah, Mann. Ich hätte gedacht, Fische könnten wir ein bisschen mehr mitnehmen. Da unten am Boden. Siehst du die? Nee, ich kann es auch keine mehr mitnehmen. Ach, verdammte Kacke. Ja, ist wurscht. Ich hätte gedacht, bei Fischen könnten wir vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen. Schade. Jetzt gehen wir noch ein bisschen. Ach, da wäre es gewesen. Ja gut, dann in welche Richtung gehen wir? Genau, Gegensatz von uns ein Haus ein bisschen, oder? Wo ist unser Haus überhaupt? Ich sehe es gar nicht. Da ist noch ein Re. Ach da. Wir könnten uns ja... Hab's. Jawohl, schön. Wo ist mein Speer? Ist das mein Speer gewesen? Ja, das ist mein Speer gewesen. Sehr schön. Ich glaube, ich baue mir noch ein paar andere Speere so zum Werfen, weißt du? Weil der ist mir fast zu schade zum Werfen irgendwie. Ja, das stimmt schon. Ja, weil ich da immer, wenn du den ingewirfst, ist der weg, ne? Jawohl, wieder eins. Ja, gut. Aber kannst du es nicht mehr mitnehmen, dann nehme ich es mit, so. Aber jetzt habe ich ein... Das ist echt widerlich. Ja, gut, jetzt haben wir wieder ganz gut eigentlich Fleisch, ne? Also, gejagert aber gut. Hat sich schon gelohnt, der Ausflug. Ja, eigentlich schon. Ich hätte noch gerne ein paar mehr Pflanzen eigentlich, so Bären und Aloe vero oder so. Ich würde gerne diesen Bärenbeutel machen. Warum ist das da so leer, guck mal mit. Alter, hier ist voll der Fluss oder so. Voll der fette Teich. Cool. Na gut, aber Fische können wir jetzt leider keiner mehr mitnehmen. Was ist das? Oh, ein Totem von denen. Wunderbar. Ein paar Stoff. Sehr schön. Ah ja. Alter, hier ist... Alter, hier ist ja... Alter, ist das so? So, voll die freie Fläche hier. Och, ja. Krass. Das haben wir einen Totem. Ah, Stoff, bleib hier. Stoff. Oh, schau an was da unten ist. Da sind drei Eingeborene und das Eingeborene Lager 1. Oh, die haben uns gesehen, glaube ich. Was heißt hier und? Alter, das ist so ganz ein Fett. Schaut da mal hin. Alter. Alter, was ist das denn? Und da sind die Babys. Hörst du das wieder schreien da unten? Oh ne, halt das... Doch, 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 ja. Z.B. die kämpfen gegen Lurre oder so. Da unten werden so schön viele Lurre gerade. Das kommt hier hoch. Achtung. Achtung, ist das da. Oh Gott, okay. Also, so fette Teile gibt es also jetzt schon. Wir sind echt weit, ne? Ach, du... Hinter dir durch. Achso, ich dachte, jetzt kommen hinter mir die Einge. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt so weitermachen sollen und versuchen vielleicht sogar den zu töten. Oder... Ich weiß nicht. Wir haben jetzt echt lang... Wir haben jetzt echt lang nicht gespeichert, ne? Ja, also wenn wir jetzt verrecken, das wäre natürlich jetzt... Oh, der kommt auf uns zu. Ich weiß nicht. Alter, wie es trampelt? Hörst du das Trampeln? Ne, komm, bevor sie uns sehen. Komm. Ja. Dann verpissen wir uns mal langsam wieder Richtung ins Lager. Da ist nochmal ein Totem. Das kann man schon wieder am Stoff killen. Ja. Zwei Stoff. Ich würde fast sagen... Lager, speichern, Folgeende, oder? Ich weiß echt nicht mehr, es ist... Achso, stimmt. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Ich vergesse das die ganze Zeit, dass man eigentlich... Ja, ich gucke auch immer teilweise vorher auf die Uhr, ne? Hey, da und da müssen wir Schluss machen. Und dann, was ist das da hinten? Da würde ich gerne nochmal nachgucken, okay? Ähm, guck ich, da und da müssen wir Schluss machen. Und dann vergesse ich, wann das war. Achso. Guck mal, wo wir sind. Ah, ja, da waren wir ja schon mal. Da waren wir ja schon mal, ne? Ja, ja, stimmt. Obwohl die ganzen Viecher kamen aus dem Wald raus. Das sind die Container. Ja, dann haben wir es eh nicht mehr so weit. Dann laufen wir wieder durch den Wald. Vielleicht finden wir ein paar Pflanzen oder so. Ja, dann laufen wir wieder zu unserem Ding einfach zurück. Tun die ganzen Fleischtalle mal aufhängen. Ich weiß nicht, also... Hm, sollen wir die mal angreifen? Ja, wenn wir gespeichert haben mal was, ja? Ja, ja, das sowieso. Aber ich meine, ich würde zwar gerne, also... Ich würde euch gerne fragen, euch Zuschauer, was ihr davon hält, Kommentare schreiben und so. Vielleicht mal angreifen und riskieren und vielleicht dann wieder beim Speicherpunkt laden, falls wir sterben. Aber wir sollten vielleicht wirklich mal unsere Rüstung dann mal aufpolieren. Weil das Teil hat ziemlich fies ausgeschaut. Ja, ich glaube auch. Aber das Problem ist, wenn... Wenn wir die Folge hochladen, sind wir wahrscheinlich schon 10 Folgen oder 20 Folgen weiter, weiß ich jetzt nicht. Weil wir spielen das echt teilweise... Wirklich, wir spielen das jetzt, glaube ich, schon seit... Äh... Äh, da fragen die uns, weißt du, so naht, da fragen... Nein! Ich hab... Was? Wieso? Ach, der Luch. Bleib, 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 bleib. Lol. Guck mal, hier unten ist noch ein voll fetter See. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Sind wir voll vorbeigelaufen. Da sind zwei Türme im See. Der verarscht mich gerade durch. Schau dir mal den See hier an. Da sind Enten. Enten? Ein Schwäle oder so. Oh, oh, halt nicht töten. Ich will sie sehen. Oh, das sieht richtig geil aus hier. Da hinten. Sollten wir vielleicht mal auf diesen Turm und vielleicht ist da was anderes drauf. Ich weiß ja nicht. Stimmt, das sind Enten. Geil. Aber die sind so weit, ich krieg die nicht. Warte, vielleicht ein Werfen, warte. Ich hatte den billigen Speer. Oh, der war knapp. Wahrscheinlich greift die mich jetzt an oder so. Ich schwirr einfach durch, eiskalt. Schau mal, vielleicht können wir ja gar nicht hoch. Doch, da können wir hoch. Also der See ist richtig ütlisch. Ja, der ist schön. Aber wir sollten langsam die Folge mal beenden. Das ist ja. Gedurfte sein. Die Gedurfte in einen Turm und ich auf den hier. Nein, ich bin jetzt auf den gleichen Turm. Ach, verdammt. Das wollte ich nicht. Ah, jetzt bin ich. Ich meine, ich muss wieder hoch. Oh, da sind Medizindinge wieder hoch. Ja, irgendwas ist da, ja. Ja, du hast mich unbegriffen. In der Flair habe ich wieder genommen. Ja, ist irgendwie anzurechnen. Ich habe schon wieder eine Flair. Ist ja geil. Wenn du jetzt alles hast, dann... Warte, ich baue nochmal einen Speer und versuche mal nochmal so einen Viech zu fangen. Zu bewerfen. Achso, es geht nicht von hier. Ich bin runter. Ey, wieso habe ich jetzt eine scheiße Flair in da? Ja, dann musst du, weil du eine Flair aufgesammelst hast, dann musst du einfach wieder Waffe wechseln. Okay. Alter, ich fach da viel runter. Scheiße, ich würde gerne so eine Ente kriegen. Ich habe immer voll Bock auf Ente. Gumm, 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 gumm. Boah, wenn wir noch die separat jetzt einsammeln könnten, hätten wir noch mehr Fleisch. Komm, das sehen Sie dann in der nächsten Folge, ob wir Ente kriegen oder nicht. Hier sind... Hier sind Rabbit Cages. Ah, nee, das sind keine Rabbit Cages. Das sind einfach nur Dinge. Ja, was habe ich da aufsammeln können? Ja, hier oben ist nur Tischtennisbälle. Okay, ah, da oben ist ein Hostel. Okay, dann, ähm... Wie werf dich jetzt mit dem Tischtennisbälle? Alter, ich habe einen Speer, ne? Danke fürs Zuschauen und... Ja, dann sieht man sich wieder bei der nächsten Folge. Genau. Tschau. Tschüss.